Ah, es kommt auf, Philipp! Halten Sie ihn für, ist schnell! Schmuck für 647.000 Frauen und 600.000 Frauen in Bad entweg! Das verdank ich bloß dir! Und was macht die Spitzmaus jetzt? Ist stumm, dumm und gürzt! Ihr Wahnsinn greift nach dir! Er hat mich schon! Er hat mich schon gepackt! Er reißt mich fort! Du bist ohne mit Gift nackt und bloß! Ein zukünftiger kriegt mich ohne Hemd! Das ist hier mein Rettungsanker! Hops, 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 hops! Komm, mein Ankerchen! Nichts wirst du kriegen, der wirst mir zu dumm! Schon diese Mausezähne, typisch für Dachschaden! Hallo? Ist da Pickelhaube? Nein, der Baron! Ist Bernadetta! Hier ist Bernier! Sie ist weggekommen? Und wohin? Und ob mich das was angeht? Ich will wissen, was sie für einen Koffer mitgenommen hat! Aber es geht mich was an, weil es eine Existenzfrage ist! Wapf! Ob einer von uns beiden verrückt ist? Ja, ich bin's! Und Sie auch, Sie, 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 Grittin! Pickelhaube! Jetzt, 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 jetzt! Krieg ich den Pickel! Pickel im Kopf! Muuuuh! Jetzt ist mehr Wohler. Warum starrt der mich denn so komisch an? Ziehen wir uns lieber zurück. Wir lassen am besten Papa noch der Ruhe pflegen, Kinder. Ich glaube, ich gehe. Ich habe noch ein paar Massagen heute. Aber Sie speisen doch mit uns, lieber Philipp. Colette, ein Verlobter will unterhalten sein.